So, der Platz soll jetzt offiziell eingeweiht werden. Das ist eine Gemeinschaftsaktion, vieler, die dazu beigetragen haben. Wie ich wiederhole es nochmal ganz kurz, die Aktivregion, die Europäische Union, das Land Schleswig-Holstein, durch die Aktivregion als oberster Herr dieses Verfahrens. Aber ganz besonders beim Ratzenburger Sportverein und bei der Stadt Ratzenburg, beim Schulverband Ratzenburg, dass wir diesen Platz jetzt hier erstmalig in Betrieb nehmen können. Wir sind froh, dass wir diesen Kunstrasenplatz haben und durch einen Schnitt, ich hoffe die Schere ist hart genug. Kann ich jetzt zu Ende schneiden? Ja, gut. Der Platz ist jetzt hier mit der Öffnung. Wir sind begeistert. Ja, super. Dann geht's. Alles gut. So, Hingern und und das ist jeder noch ganz kurz. Was macht denn mit, äh, ich kann schon einmal so ein lieber einmal in der Weltrunde. Der letzten Ansturm, ja, das ist natürlich, da hat 8.000 aufgetreten. Ja, wo ist der Schützweg da? Ja, da. Da folgt ja die Regeln auf sich hält. Alle sind da, wo der Schützweg da ist. Ja, das ist ganz freund. Kann das Hingern? Ja. Kann da halt, ja, ich hab' gar's nicht gerecht, aber ich hab' immer ganz schönes hier. Ja, ihr könnt das, ja. Ach, ich hab' immer gesagt, ja, wir haben einfach einen Stiftf��고. Ja. Die Staten. Ja, die Staten. Ja, die Schule. Ja. So ist der, ja. Das ist der, ja. Wir werden auf den Menschen einbauen, auf den Armen, auf den Raden durch den 60er-Globe-Alben-Bronn-Spielen und auf den 2er-Globe-Alben-Raden ausgestattet werden. Gut gemacht, dass wir in den Kursaugen-Kriegel greifen lassen. Wahnsinn! Wahnsinn! Einmal den Topazumel! Ja, wir sind zwei, drei, so fast! Hier, ist über Haar gebaut, ne? Ja, aber grünen, Herr Preußner! Bitte? Hey, so machen! Einmal andersrum, bitte! Nichts verlehrt! Ja! Andersrum, Otti! Du gehör mal, Otti! Der Platz muss geschont werden! Ja! Oder du! Ich drehe mich jetzt! So skriven wir nächstes Jahr einen neuen, Herr Preußner! Andersrum, Otti! Geht los? Ja! Ja, klasse! Das ist der Wahnsinn! Sehr gut!